Immer kurz bevor die Füße den Boden berühren, in die Hände zu klatschen. Das heißt, ich klatsche immer in der Luft in die Hände. Ich kann so ein paar Zwischensprünge machen und dann höre ich immer Hände und dann, wie die Füße auf den Boden kommen. Was wir hier simulieren wollen, ist das Klatschen ist der Moment, in dem ich den Ball fange.